Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobarka und hier starten wir wieder rein in ein neues Spiel und zwar Kingdoms Reborn. Gerade rausgekommen am 3. November für 18,99 auf Steam erhältlich im Early Access. Entwickelt und gepublished ist das Ganze von Earthshine und soweit ich das verstanden habe, ist das ein einzelner Mensch, der das Ganze entwickelt hat. Da haben wir ja schon gute Erfahrungen gemacht, bei Ostriff zum Beispiel. Wir schauen mal, was uns dieses Spiel so bietet. Einen kurzen Blick in die Settings. Ich habe hier alles auf Ultra gestellt. Es gibt Resolution Quality. Machen wir es mal auf 100, mal schauen, was passiert. Das wollen wir so lassen. Hier ansonsten Audio und Input Settings und so weiter. Nur, dass ihr das einmal gesehen habt. Wunderbar. Das Ganze ist auch spielbar im Multiplayer und das ist ein bisschen das Besondere. Jetzt muss man leider sagen, momentan ist es eher so, dass hier so 1, 2, 3, 4 Spieler sind, die alle alleine spielen. Insofern ist das noch nicht so richtig angenommen offensichtlich. Oder es gibt private Spiele, die ich jetzt hier nicht sehen kann. Könnte man ja mal überlegen, falls ihr das Spiel habt. Schreibt mal, dann kommen wir mal zusammen spielen. So, wir starten aber ein Solo-Spiel. Achso, das Ganze ist natürlich ein Städte-Colony-Aufbau-Simulationsspiel. Das habe ich gar nicht gesagt. Davon bin ich ausgegangen. Man sieht es auch eigentlich vom Hintergrund her, was es sein soll. Die Karten werden zufalls generiert. Ich werde jetzt einfach mal eine Karte speziell für mich machen. Die ist auch schon fertig, weil ich es gerade schon einmal damit gestartet habe. Das scheint schon abgespeichert zu sein. Wir lassen die Größe hier auf Mittel, weil der Entwickler sagt, zu groß, das ist nicht gut für die Performance. Ihr werdet auch sehen, zwischendurch gibt es mal ein paar Ruckler, wenn man raus und rein zoomt. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Das Ganze ist, wie gesagt, Early Access. Wir lassen hier alles auf Medium. Die künstliche Intelligenz, ich sage mal, wir brauchen nur sechs um uns herum. Vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Platz. Auch hier sagt der Entwickler, das ist noch Early Access. Die künstliche Intelligenz ist noch ein bisschen doof. Normale Schwierigkeit und dann geht es los. So, und da sind wir auf unserer Karte. Und ein bisschen was zur Vorgeschichte. Der große Frost hat unsere Zivilisation ruiniert oder zerstört zurückgelassen. Nur sehr wenige waren stark genug, um der Kälte und den Krankheiten zu widerstehen. Jahrzehnte sind vergangen, seit der Frost unsere Ländereien übernommen hat. Und unser Mut und unsere Hoffnung sind zurückgekehrt, als das Eis zu schmelzen begann. Es liegt nun an uns, uns wenigen Überlebenden. Wieder eine florierende Zivilisation aufzubauen. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Und ihr seht, das ist gar nicht so klein hier. Medium, Groß, Größe. Und wir sehen hier die künstliche Intelligenz. Die haben hier schon Städte gebaut. Borkhild zum Beispiel ist hier. Uppsala ist da. Was haben wir hier noch? Havre ist hier unten gebaut worden. So, und ihr seht auch, und Rohr gibt es hier hinten. Es gibt bestimmte Ressourcen, die nur in einzelnen Gebieten zu haben sind. Und wir müssen uns jetzt ein Gebiet aussuchen, auf dem wir starten. Also hier gibt es zum Beispiel Kohle, hier gibt es Eisen, hier kann man Baumwolle anpflanzen. Hier gibt es Cannabis. So, und tja, wo gehen wir denn mal hin? Irgendwo, wo wir vielleicht am Anfang mal ein bisschen Ruhe haben. Es gibt auch unterschiedliche, also ihr seht hier, das heißt hier Grasland, aber es ist eigentlich Wüste. Genau, Wüste, Grasland. Dann gibt es Forest, glaube ich, irgendwie. Also Waldgebiete und Dschungelgebiete. In den Dschungelgebieten ist es so, dass man auch krank werden kann. Da gibt es also bestimmte Krankheiten, die auftauchen können. Und die Temperatur ist halt unterschiedlich. Hier unten sieht man, geht die von minus 14 bis 27 Grad. Wenn wir jetzt mal hier in die Wüste gehen. Ja, da ist sie gar nicht so viel besser. Aber hier im Dschungel minus 7 bis 29 Grad. Also das sind so ein bisschen die Unterschiede. Und Steine gibt es auch in den einzelnen Provinzen. In manchen nicht. Da gibt es keine. Hier gibt es welche. Auch noch wichtig ist die Fertility, also die Fruchtbarkeit des Landes für die Farmgebiete. So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Hier oben vielleicht. Hier gibt es Cannabis. Das ist doch nicht schlecht. Außerdem gibt es Kohle. Auch nicht so schlecht. Da haben wir allerdings viel, viel Wüste um uns rum. Oder wir besiedeln hier diese kleine Insel. Das ist doch auch nicht so blöd. Ich weiß nicht, ob wir dann darüber kommen. Ob wir jemals darüber dürfen. Aber gut. Das werden wir schon rausfinden. Dann schauen wir doch mal. Sie haben unterschiedliche Preise. Je nachdem, wie groß das Ganze ist. Das sieht man hier auch. Flat Area sind 900 Tiles. Das ist allerdings sehr unfruchtbar hier. Hier haben wir 74%. Hier 100%. Vielleicht nehmen wir das als erstes. Das sieht doch ganz schön aus. Mit Fluss, mit Meeresanbindung. Ein Berg haben wir. Und noch irgendwelche... Was ist das hier? Ah ja. Irgendwelche Boxen, wo vielleicht was drin ist. Gut. Schauen wir uns gleich genauer an. Kostet uns 600. Ist nicht ganz billig. Aber es ist alles da. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Minus 10 bis 28 Grad. Warum nicht? Na los. Jetzt können wir auswählen, was wir am Anfang mitnehmen wollen. Wir haben Orangen zum Essen. Holz zum einen zum Bau natürlich der Gebäude. Aber auch zum Heizen. Denn wir müssen im Winter natürlich dafür sorgen, dass unsere Leute nicht erfrieren. Wir haben Medizin. Wir haben Stahlwerkzeuge. Also Hämmer, Nägel etc. Und Stein. Auch das zum Bauen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber ich würde erst mal sagen, also Holz werden wir uns ja holen. Und Essen auch. Und Medizin und Stahl klingt so, als ob wir das erst später kriegen. Deswegen würde ich mal ein bisschen mehr davon mitnehmen. Vielleicht. Auch wenn wir dann weniger Geld haben am Anfang. Oder wir können ja nochmal sagen, guck mal hier ein bisschen Stein können wir da lassen. Ein bisschen Essen holen wir uns gleich selber. Na so 800 wollen wir behalten. Vielleicht machen wir das so. Alles klar. So, die Brücke haben wir freigeschaltet. Dazu kommen wir später. Und jetzt müssen wir uns erst mal überlegen, wo wir unsere Town Hall, also unser Stadtzentrum hinbauen. So, ein bisschen ärgerlich. Oder was heißt ärgerlich? Aber das ist, man kann diese Dinger nur 90 Grad drehen. Also das wird eher SimCity-mäßig, also alte SimCity-mäßig in Blöcken hier angelegt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier kriegen wir wahrscheinlich Fisch her. Ich drehe das mal um. Naja, ich würde sagen, wir brauchen sowieso, man sieht, das ist ziemlich groß, wir brauchen schnell neues Territorium. Ich würde das mal hier unten hinbauen und hoffen, dass ich dann die Gebäude vielleicht hier so in diese Wüstengegend, also die Häuser da reinbauen kann. Und dann können wir hier oben mal schauen, was wir da abholzen. Hier so rein. Ja, komm. Wir bauen das einfach mal da so hinten. So, und er nennt es gleich Slowbaka Town. Das finde ich ja ganz schön. Und ich pausiere kurz, damit wir uns alles mal anschauen können. Und jetzt kommt nämlich ein spezielles Prinzip aus diesem Spiel, nämlich die Karten. Es gibt nämlich auch Karten, mit denen wir auch Gebäude bauen. Also eigentlich können wir nur mit diesen Karten Gebäude bauen, außer so Grundkonstruktionen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir hier mitnehmen wollen. Entweder Weizen, Weizensamen, dann können wir schon Weizen direkt anbauen. Bisschen mehr Einkommen oder gleich eine Handelsstation. Ich würde mal sagen, erst mal was zu futtern ist nicht schlecht. So, und jetzt haben wir das. Ich glaube, wir können sogar genau noch eine zweite Karte. Ich pausiere nochmal. Es gibt nämlich auch so, also das hier sind, wie gesagt, Karten, mit denen man dann die Gebäude baut. Dann eben so was Spezielles wie diese Weizen. Und das hier sind Karten, die man dann bei Gebäuden hinterlegen kann. Und hier gäbe es dann 20% mehr Produktivität in dem Gebäude. Und ich glaube, zum Eisen, da kommen wir noch gar nicht. Das liegt da hinten irgendwo. Was haben wir denn hier? Eisen, Kohle und Platz für Baumwolle. Naja, aber bis wir beim Eisen sind, dauert es noch eine Weile. Deswegen nehme ich mal die Productivity. Und du brauchst mich nicht guiden. Das Tutorial brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir hier unsere Leute und unser schönes Lager. So einiges drin rumliegt. Unsere Town Hall. Ich lasse mal langsam laufen. Und die haben alle jetzt so ein schönes Ding da über dem Kopf, weil sie noch keine Wohnung haben. Das gucke ich mal direkt. Aber ich denke, wir sollten als allererstes... Also hier unten kann man bauen. Immer standardmäßig. Also die einfachen Dinge. Straßen, Häuser, Lager, Räume und eine Brücke. Die ist freigeschaltet worden, weil wir jetzt als Staat Territorium was mit See, Quatsch, mit Fluss genommen haben. Hier erklärt sich von alleine. Hier sind die ganzen Sachen, die wir so haben. Bisschen Essen, Steine. Eben das, was wir eingepackt haben. Wie froh sind unsere Leute. Geht so, aber größtenteils deswegen, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. 18 Menschen haben wir momentan. 14 Erwachsene, 4 Kinder. Es ist gerade minus 4 Grad. Also sollten wir uns ranhalten, ein paar Gebäude für sie zu bauen. Und es ist Frühling. Der frühe Frühling. Gut. Ich würde mal schauen, wie teuer das hier ist. Kostet nochmal 500, um das hier gleich, dieses Territorium mit dazu zu nehmen. Aber ich glaube... Oder wollen wir hier rüber? Nee, komm, wir gehen mal hier rüber. 500, wir erlauben uns das jetzt. Wir bekommen Einnahmen durch die Häuser. Das zeige ich euch auch gleich. Also wir kriegen ein Basiseinkommen für jedes Territorium. Und dann werden die einzelnen Häuser auch Steuern produzieren und auch Forschung produzieren. Aber dazu gleich mehr. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist die Straße. Wenn wir das jetzt mal umdrehen hier. Dann müssten wir das da hin bauen. Lassen wir mal ein bisschen Platz da oben hin. Und dann bauen wir wahrscheinlich da hinten gleich in die Bäume rein. Aber ich mache mal hier 1, 2, 3. Und auf die andere Seite auch noch mal 3. Wo haben wir das jetzt rein? Ist das hier drin? Ja. Ich lasse mal dazwischen so ein bisschen Platz. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht so genau. 6 vielleicht. Und dann bauen wir da noch mal 3. Jetzt weiß ich ja nicht, wo die Höhe ist. Da 1, 2, 3. Jetzt haben wir da gleich ein paar Orangenbäume weg. Denn das kann man sammeln hier. Hier seht ihr, ist alles voller Orangen. Das ist was zu essen. Und es gibt auch hier in diesen Palmen manchmal, zumindest da sind welche, Kokosnüsse. Lecker. So. Dann fangen die jetzt an, mit dem Holz den Kram zu bauen. Wir schauen mal kurz rein. Na ja. Also Sie sollten vielleicht die Orangen gleich bitte nehmen. Aber machen Sie jetzt glaube ich noch nicht. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir... Jetzt haben wir den Weizen schon mal aktiviert. Damit können wir den Weizen, beziehungsweise die Farm auch hier bauen. im normalen Baumenü. Und es gibt hier immer Karten, die wechseln alle 150 Sekunden. Und dann können wir hier reinschauen und uns noch Karten dazukaufen. Schauen wir mal. Schweinefarm. Immigration Office brauchen wir jetzt noch nicht. Kohlemine brauchen wir auch noch nicht. Entweder machen wir Pilzfarm oder... Also wir können so viele kaufen, wie wir wollen von diesen Dingern. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Geldmäßig. 360. Komm, ich kaufe mal einen... Auf jeden Fall mal einen Fruchtsammler. Und vielleicht noch eine Pilzfarm. Aber die Pilzfarm braucht immer Holz leider. Ich kaufe mal erst mal nur den. So, und da jetzt das erste Gebäude fertig ist, hier seht ihr eins, die ändern sich immer mit dem... Moment. Ja, gucken wir gleich rauf. Die ändern sich immer mit dem Untergrund. Also weil das jetzt hier auf Wüste gebaut ist, sieht das so ein bisschen Beduinen-mäßig aus. Ihr werdet jetzt sehen, die anderen sehen jetzt, weil sie auf Gras gebaut sind, gleich ein bisschen anders aus. Und diese Gebäude produzieren eben, wie gesagt, Steuern und Wissenschaft. Und deswegen können wir jetzt hier auch in unseren Wissenschaftsbaum reinschauen und uns mal was raussuchen, was wir jetzt als erstes erforschen wollen. Und ich denke, wir fangen mal damit an, erstmal die Holzfällerei ein bisschen zu verbessern. Plus 20 Prozent mehr Holz holen sie dann aus den Baumstämmen raus. Das machen wir mal als allererstes. So, und wie ihr seht, natürlich, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, das Spiel ist momentan nur auf Englisch erhältlich. Es ist noch nicht deutsch übersetzt, soll aber kommen im Laufe des Early Access. Aber wie lange der braucht, das steht in den Sternen. So, hier seht ihr jetzt mal so ein anderes Haus. Da liegt auch dann gleich so Wissenschaft vor der Tür, glaube ich. Irgendwelche Botte hier. Na gut. So, dann kann man hier noch angeben, was jetzt hier zum Beispiel gefällt werden soll. Jetzt können wir sagen, dass wir hier alle Bäume nochmal weghauen. Und wir können immer entscheiden bei dem Ding, ob wir alle Bäume weghauen, ob wir alles abbauen wollen, was in dem Bereich ist, den wir auswählen. Nur Steine, nur Bäume oder nur Bäume, die keine Früchte tragen. Was ja auch nicht schlecht ist. So, apropos Früchte. Wir bauen mal direkt jemanden, der uns jetzt hier die Früchte sammelt. Und das macht wahrscheinlich hier irgendwo Sinn. Da haben wir die Kokosnüsse. Hier haben wir blau eingefärbt die Orangen. Ja, und hier irgendwo kriegt der am meisten ab. Ich baue den jetzt mal. Ja. Ich glaube, da müsste er ganz gut sein. Er könnte sogar noch ein bisschen höher. Kriegt er vielleicht da oben noch einen. Aber irgendwo müssen wir auch Bäume abreißen. Insofern ist das hier, glaube ich, nicht schlecht. So. Dann bauen wir da doch gleich mal eine Straße rüber. Tick, tick, tick. Die Straßen kann man auch, also man kann auch so schräg bauen. Das ist allerdings ein bisschen doof, weil, wie gesagt, man die Häuser nur um 90 Grad drehen kann. Und insofern macht das irgendwie nicht so Sinn, dann schräge Straßen zu bauen, weil dann hat man so viel Platz verschwendet. So, jetzt ist hier gerade die Zeit runtergelaufen. Das habt ihr gesehen. Und jetzt haben sich die Karten hier erneuert. Was haben wir denn Schönes? Ein Jäger wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir brauchen noch mehr zu essen. Obwohl, ich mache gleich auch mal direkt einen Weizen. Das mache ich sofort. Aber den Forrester, den hole ich mir noch. Der schneidet und pflanzt eben auch Bäume. Das ist auf jeden Fall schon mal gut und wichtig. So, aber dann bauen wir als allererstes bevor, es ist nämlich jetzt schon Frühling. Ich glaube, wir müssen anpflanzen, wenn wir anpflanzen wollen. Deswegen bauen wir direkt mal eine Farm. Jetzt sehen wir, wo es fruchtbar ist und wo nicht. Ich hätte jetzt hier drauf gehofft. 89 Prozent ist jetzt auch nicht so schlecht. Oder wir bauen es halt hier hinten rein. Und hauen dem Fruchtmeister gleich noch ein paar Orangenbäume weg. Oder hier hinter. Vielleicht einfach hinter die... Warte mal, wie groß darf es sein? Weil das scheint alles zu gehen. Entweder direkt bis an die Küste oder wir machen hier so eine ganze... Ah, nee. 16 darf es maximal lang sein. Also das wäre das Maximum. 32 Holz. Das dürfte eigentlich da drin. Warum nicht, oder? Komm, das machen wir direkt. Machen wir direkt hinter den Gebäuden da. Ach, den habe ich falsch gesetzt. Einen zu weit nach vorne. Naja, gut. Naja, gut. So, wir haben jetzt schon zu wenig Holz und zu wenig Essen. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hoffentlich da... Moment mal. Wir holzen erstmal schön weiter ab. Erstmal bitte alle... Ja, komm, alle Bäume. Wir wollen nicht überall Früchte sammeln. Dann können wir die erstmal hier alle weghauen. Dann sollten wir hoffentlich genug haben erstmal. Aber diese Bäume bringen immer nur drei Holz, wie ihr seht. So, genau. Und dann bauen wir doch direkt einen Forester auch dazu, der das Ganze auch anbaut und wieder auffrischt. Jetzt ist nur die Frage. Der hat einen ziemlich großen Einflussbereich. Entweder packen wir den... Ah, hier sind so viele Berge. Hier wäre es ganz gut. Müssten wir aber schon wieder was kaufen. Ich glaube, da sind wir noch nicht... Sollten wir jetzt erstmal lassen. Aber wenn wir den hier so hinbauen... Und ihn dann den ganzen Bereich hier voll pflanzen lassen... Sollte das doch okay sein. Das ist noch unser Gebiet. Ja, vielleicht müssen wir dann ein bisschen noch optimieren. Das ist ja aber auch in Ordnung. Bauen wir den mal da hin. So, verbinden wir auch gleich mit einer Straße hier nochmal. So, wir haben kein Essen. Kein Essen. Wo ist... Jetzt ist unser Fruchtsammler fertig. Und bei diesen Gebäuden... Also man kann hier zum einen einstellen, wie viele Leute da arbeiten sollen. Das soll jetzt mal... Beide bitte... Sollen so viele Leute da arbeiten, wie geht. Es sind aber nur zwei. Und wir können die Gebäude immer so ein bisschen upgraden. Hier zum Beispiel mit drei Stahlwerkzeugen... Kriegt man 20% mehr Effizienz daraus. Ich würde sagen, das leisten wir uns direkt mal. Denn wir brauchen was zu essen. Hier bräuchten wir 10 Holz, um fallen. Ah. Dann kommen... Dann werden da irgendwie Fallen mit aufgestellt. Und wenn man dann einen Hunter, also einen Jäger in die Nähe baut, dann hat der 30% mehr Produktivität. Okay. Das ist doch gut. Sechs Gebäude sind fertig. Damit sollten alle ein Dach über dem Kopf haben. Richtig. Ja, wir haben 21 mittlerweile. 24... Für 24 Leute Platz. Sehr gut. So, dann kriegt dieses Ding... Der kann ja auch gleich diese Karte zeigen. Die muss man halt bei Gebäuden mit reinschmeißen. Dann kriegt der Fruchtsammler jetzt auch noch die Produktivität dazu. Und dann sollten wir hoffentlich erstmal genug Essen produzieren. Jetzt haben wir schon 31 Orangen wieder. Das ist doch nicht schlecht. Aber eben, wir haben kein Fuel. Also momentan wird denen nicht kalt sein. Es sind nämlich 21 Grad gerade. Wir sind noch im Frühjahr. Insofern geht das wahrscheinlich noch. Aber wir müssen zum Winter hinschauen, dass wir entweder Kohle oder Holz für sie bereitstellen. So, jetzt haben wir hier die Farm. Da arbeiten auch zwei Leute. Momentan können wir, glaube ich, nur Weizen anbauen. Dann machen wir das auch. Und ja, dann sollte das schon von alleine sich hier erledigen. Da sehe ich Steine. Die können wir gleich mal da wegnehmen. Vielleicht. Machst du das jetzt? Das sah jetzt irgendwie nicht so aus. Vielleicht geht es nicht wegen der Farm. So, ein paar mehr Bäume sollten wir vielleicht auch noch weghauen. Aber jetzt, ja komm. Wir sollten wahrscheinlich hier unten gucken. Da wird ja dann eh wieder neu angebaut. Das reißen wir mal alles ab hier. Das ist, glaube ich, auch noch gerade so nicht im Einflussbereich dieses Fruchtsammlers. Hier hinten. Und wir haben neue Karten. So, Holzkohle. Oh, Fische. Fische finde ich gut. Und ein Jäger ist natürlich auch nicht schlecht. Also einen Fisch nehmen wir auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn noch? 274. So viel haben wir nicht. Und die Holzkohle ist gar nicht schlecht. Die produziert halt aus Holzkohle. Und Kohle ist besser zum Heizen der Wohnung als das Holz selber. Insofern macht das schon Sinn. Ja komm, und dann nehmen wir auch noch das Ding hier. Dann geben wir 140 aus. Dann nehmen wir noch einen Jäger mit. So. Dann schauen wir mal, ob wir den Jäger direkt daneben bauen. Weil da kriegen wir ja eventuell Bonuspunkte, wie wir ja wissen. Wie weit hat er denn sein? Naja gut. Der soll ja nicht in der Stadt jagen, ne? Der müsste eigentlich hier noch ein bisschen weiter rein. Dann kann er später zumindest hier auch mit rüber gehen. So viele wilde Tiere. Hier haben wir einiges. Hier laufen überall so Wildschweine und Rehe rum. Ja, das macht eigentlich da jetzt gar keinen Sinn. Dann bauen wir lieber erstmal einen Fischer. Der sollte hier mehr Sinn machen. Jetzt schauen wir mal hier. Effizienz steht mit dabei. 90 Prozent. 92. 70. Hier vielleicht. 124. Das ist doch mal eine Effizienz. Sehr gut. 140. 124 habe ich gerade gesagt. Quatsch. 142. Dann bauen wir den da hin. Damit haben wir ein neues Gebäude freigeschaltet. Nämlich das Statistikbüro. Das können wir bauen. Dann sehen wir mehr Statistiken unserer Siedlung. Kostet uns das Holzjahr 30. Ich warte mal erstmal den da hinten ab. So, mittlerweile ist der Förster hier fertig. Dem können wir jetzt auch sagen, ob er nur schneiden, also ob er schneiden und pflanzen, Quatsch schneiden, also abholzen und pflanzen soll oder nur pflanzen oder zumindest priorisieren das Pflanzen oder priorisieren das Abholzen. Er soll mal beides machen. Ich hoffe, das wird sich dann über die Zeit ausbalancieren. Soll er größtenteils Fruchtbäume pflanzen? Nee, du kannst alles pflanzen, was du willst. Das hier ist zum Abholzen, nicht zum Fruchtsammeln. Und du sollst auch alles abholzen. Genau. So, jetzt können wir hier auch schon wieder durch Stein die Effizienz erhöhen. Wie viel Stein haben wir denn? 54. Momentan produzieren wir aber keinen Stein, aber wir könnten was sammeln. Moment mal. Hier liegen ja auch noch Steine rum. Und ich glaube, da liegen noch Steine rum. Und vielleicht macht er das ja... Hm? Ah, die hat er scheinbar doch schon abgeholt, hier die Steine da hinten. Sind sie schon weg? Ja, da sehen wir keine mehr. Aber der Weizen wächst. Das ist doch schön. So. 22, 24. Wir sollten uns vielleicht nochmal um ein weiteres Haus bemühen. Ich denke, wir können auch hier weiter die Gebäude weghauen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht hier direkt die Steine mal ausgeben, um diesen Förster zu verbessern. 30% mehr Effizienz ist ganz ordentlich. Und ich weiß gerade nicht, für welche Gebäude wir Steine gebrauchen könnten. Deswegen machen wir das direkt mal. Und unsere Lagerstätten sind schon voll. Dann brauchen wir neue Lagerstätten. Deswegen habe ich unter anderem hier ein bisschen Platz gelassen. Vielleicht können sich die Leute da gut was wegholen. Bauen wir hier dazwischen mal so eine... Na, machen wir erst mal klein. Wir können ja noch eine machen. Bauen wir da neue Lagerstätten. Oder brauchen wir auch 45 Holz für... Naja gut, wir holzen jetzt hier schön weg. Wir können das hier mal alles wegholzen. Und dann geht das hoffentlich ganz gut. Und hier werden gerade frische Bäume gepflanzt. Sehr gut. So, Statistikbüro, auch Holz... Ähm... Holzkohle, genau. Vielleicht schaffen wir das ja noch vor dem ersten Winter. Es ist jetzt Sommer. Den könnten wir eigentlich dahin bauen, wo auch das Holz produziert wird. Ich weiß gar nicht, ob der sich das dann da auch ordentlich abholt. Aber wir machen das mal. Holzkohle. So, neue Karten. Nochmal Fische. Nochmal... Ja, eigentlich alles das Gleiche. Eine Schweinefarm ist auch nicht schlecht. Oder wir schauen mal, ob wir Pilze produzieren können. Oder einfach Haufen Fische. Aber komm, ja, Fische haben wir schon. Wir kaufen mal uns die... Ja, wir haben auch nicht so viel Geld. Wir kaufen uns mal die Pilzfarm hier dazu. So, und jetzt wäre dann auch mal der Zeitpunkt, wo ich mal ein bisschen schneller laufen lasse. Ich lasse nur am Anfang immer gerne langsam, weil ich finde, dass man dann die Systeme etwas besser schnallt. Also ich auch die Systeme besser schnalle. Und ich mache ungern. Immer schon direkt einen blöden Fehler. Ich mache sowieso genug Fehler. So, hier ist das Lager zu weit weg, sagt er uns beim Fischer. Dann sollten wir da nochmal ein extra Lager bauen. Jetzt ist eine gute Frage, wo das hin muss. Vielleicht reicht das hier. Dass wir hier so ein kleines Lager hinbauen, reicht das? Ja. Das finde ich okay. Da die Fische hinzubringen. Wir hätten es auch direkt hier hinpacken können. Ich denke, dass die Labra, wie ich das verstehe, das Zeug immer hin und her bringen. Aber ja, wir haben jetzt schon wieder zu wenig Fuel. Aber gut, wir bauen ja hier die Holzkohleanlage. Das sollte eigentlich alles irgendwie klappen. Und hier zieht eine ganze Wildschweinherde, die übrigens größenmäßig echt fies sind. Wenn man sich mal unsere Bevölkerung anschaut. Die sind also zwei Meter hoch. Das Positive daran, die bringen eine Menge Fleisch für unsere Leute, wenn wir die mal jagen. Aber ansonsten ist das Größenverhältnis etwas merkwürdig. So. Wo wollen wir weiter hin? Also wir können diese neuen Territorium nicht nur durch Geld kaufen, sondern auch durch Essen. Ich würde jetzt aber mal abwarten wollen, wie uns der erste Winter jetzt hier, wie es uns da geht. Obwohl wir jetzt also Kokosnüsse, neun nur, aber 340 Einheiten Orangen und ein bisschen Fisch. Das Orangen-Fisch-Rezept. Was ist jetzt hier? Hier ist jetzt gerade irgendwie Buggy. Das Drehen der Kamera. Na gut, mach jetzt bitte Tastatur. Und hier gibt es ein paar Aufgaben, die Menschen, also auch mindestens 25 bringen, 500 Einheiten Fisch zu produzieren. Und jetzt sehe ich gerade, dass unsere Häuser alle schon voll sind. Wir müssen also neue Häuser bauen. Vielleicht gehen wir hier unten mal direkt, machen wir mal eine kleine Ecke. Weil hier der Stein ist. Eins. Ja, und dann lassen wir da auch einen Platz. Dann können die da wieder runterlaufen. Hat der einen sehr schönen Ort. So, und wir haben die erste Forschung. Das ist gut. Kriegen wir mehr Holz raus. Was wollen wir jetzt? Medizin. Handel ist wahrscheinlich nicht schlecht für den Fall, dass wir was brauchen. Deswegen würde ich mal den Handel, womit wir dann einen Handelshafen und eine Handelsstation freischalten. Und außerdem mehr Einwanderer bekommen. Gut, und wir kriegen auch, weil wir jetzt 25 Leute in der Stadt haben, unseren ersten Preis eine weitere Karte. Mining Equipment. Wir haben noch keine Minenproduktivität für Goldminen. Das haben wir auch noch nicht. Also nehmen wir wieder die normale Produktivität hier dazu. Dann können wir da vielleicht schauen, ob wir... Na, das geht beim... Doch. Hier bräuchten wir mehr Produktivität gerne. Je mehr Holz wir bekommen, desto besser. Und wir schauen nochmal in die neuen Karten. Da haben wir... Kohlemine. Nochmal Frucht. Nochmal Holzkohle. Noch einen Jäger. Oder Steine aus dem Berg hauen. Mit einem Steinbruch. Vielleicht gar nicht schlecht. Nehmen wir mal den Steinbruch mit dazu. Und ich baue auch... Ah ja. Das ist doch schön, dass wir das noch sehen. Es gibt auch noch zusätzliche Boni. Nicht nur, dass man forschen kann, sondern wenn man mehrere Häuser baut. Also hier jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt acht Häuser bauen. Wir sehen, wir haben sieben von acht. Dann bekommen wir hier noch was dazu. Nämlich die Holzindustrie. Und können dann Möbel bauen. Und das geht dann immer so weiter. Bei neuen Häusern gibt es hier Pottery. Also da können wir aus... Was ist es? Lehm. Und... Ah, jetzt haben wir es schon. Können wir so Pötte und so weiter machen. Pötte und Schalen etc. Zum Essen. Dann gibt es die Bierbrauerei mit zehn Häusern und so weiter und so weiter. Und diese Häuser haben auch jeweils ein Level. Und um auf das zweite Level zu kommen, muss man ihn Luxus bringen. So, jetzt haben wir den freigeschaltet. Wir kaufen den auch einmal. Wenn wir den jetzt nicht kaufen, müssen wir darauf warten, ob der hier auftaucht oder nicht. Jetzt ist auch noch eine Karawane angekommen. Ein Moment. Wo wir jetzt Zeug verkaufen könnten. Um ein bisschen Geld zu bekommen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und diese Preise, das muss man auch wissen. Vor allen Dingen im Multiplayer wird das wahrscheinlich dann irgendwann spannend werden. Denn diese Preise ändern sich je nach Marktlage sozusagen. Also wenn jetzt alle Städte auf der Karte alles voller Orangen haben, dann wird der Preis für Orangen ordentlich fallen. Und so weiter und so fort. Also da könnte man sich theoretisch spezialisieren. So, Kohle sollten wir nicht verkaufen. Was wollen wir denn mal verkaufen? Vielleicht können wir so ein ganz bisschen Medizin verkaufen. Das ist nämlich sehr teuer. Auch wenn wir das jetzt nicht sofort produzieren. Aber wir haben ja mehr mitgenommen. 118. Das machen wir mal. So. Na gut. Also ich denke, dass wir jetzt weitermachen. Erstmal hier nochmal Stein abzubauen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir durch den ersten Winter kommen. Mit unserem Holz. Ansonsten. Ach ja, ein Handelsposten. Das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste. Vielleicht schaffen wir es dann sogar noch, eine Notfallration für den Winter zu holen, falls wir sie denn brauchen. 25 Menschen leben hier in Slobaka Town. Am südlichsten Zipfel. Und dann machen wir weiter beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann gebt mir gerne Bescheid. Schreibt einen Kommentar. Drückt ein Like. Und ihr könnt euch auch mal auf dem Kanal umschauen. Und wenn euch das auch gefällt, dann abonniert auch gerne. Und es ist auch nicht ganz unwichtig, mir zu sagen, was ihr von diesem Spiel haltet. Denn, also ich würde sagen, 10 Folgen gibt es definitiv. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze bei euch so ankommt. Mir macht es erstmal Spaß. Und wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.